so das kennen wir schon alles so da müssen wir jetzt wahllos ein paar leute umbringen wieder so da haben wir wieder wen so wo sind noch mehr leute und laute wurde zum metall hinzugefügt haben wir haben jetzt in lauten spiele ich die komm her so drei menschen haben wir jetzt getötet und 15 jetzt noch ein holzfäller nice hier geblieben so und jetzt noch um planung loszuwerden jetzt aber auch nicht zu viele wachen hier auf dem gewissen haben so kommt den ausdauer wieder am arsch so vier menschen noch was eine messgabel den nehmen wir mit so ein paar fehlen noch so wir haben noch zwei minuten nicht mal mehr ein müssen wir noch komm dann komm jetzt brauchen wir ein pferd ich hätte zum toten gräber zurück ja ich brauche ein pferd so und ich bin ich bin ich bin Doch ein Pferd! Pferd haben wir! Komm steig auf! Oh ne, nicht schon wieder! Nein! Äh, mein Stopper war ne saugut! Nein, nicht erschießen! Nein, nein! Boah! Komm, steig aufs Pferd! Nein, nein, nein! Ach nö! Und noch ein Pferd laden! 315 Polygon! Ach nö! Komm! So, euch zwei! Komm, komm! Was war es mit deiner Musik? so mikro verdammt jetzt mal mikro umgeschmissen hier sind noch welche ja ja so so komm her komm komm einschlag und jetzt schnell weg haben wir ein pferd so Pimper Horse ist hier unten so nö je 100 Gold geben wir gerne aus Aua Och nö Och nö Nein nein Och Kann ich sein Schild haben ne Schade Uh Haben wir es geschafft 100 Gold war wieder ausgegeben aber wir haben es geschafft Das war jetzt so wahnwitzig dass ich mein Mikrofon umschmeißen musste ey Hatte voll die Panik gehabt So aber jetzt brauchen wir ein bisschen Leben Irgendwo hier war doch etwas wo ich Leben sammeln konnte Da So Neues Schild Nice So viel Leben ey Wir gerne aber ein besseres Schild haben so eins das irgendwie geiler aussieht Das sind wir schon Verdammt nochmal da werde ich viel graben müssen gute Arbeit Und wenn du mal ein wenig Geld verdienen möchtest du kannst immer nach einem Leichenwagen aufschalten Und mir ein paar zusätzliche Kunden liefern Nice Wieder einen Skillpunkt erhalten Nice Gucken wir uns wieder mal an wie viel haben wir 2 verfügbar Und hier können wir noch 2 Irrsinn gelangen Ja Ich glaube das letzte was wir hier für 2 haben können Jetzt brauchen wir 3 oder 4 Dann bleibt uns jetzt nur noch die Hauptmission hier unten Ja Dann würde ich sagen reiten wir mal dahin So Weltmachens Pack deinen Arsch auf ein Pferd der Boss will uns sehen Jetzt? Weswegen Als ob ich das wüsste Hey nur für den Fall lass mich reden ok Ok Wo müssen wir hin? Wie sieht es mit dem Fälschen der Papiere aus? Läuf du könntest aber auch mal mit anpacken Geil du kennst mich ich bin gut darin Dinge herauszufinden Und dabei aber kein Geld zu verdienen Das ist deine Aufgabe habe ich hier Ja du schuldest mir nach dem letzten Saufgelehr noch Geld Im Ernst ich meine ich hätte es dir bereits zurückgegeben Nein Nun ich bin mir aber 100% sicher Du warst wahrscheinlich getrunken Und innerst dich nicht mehr Das einzige woran ich mich nicht erinnere ist Dass du jemals ehrlich bist Arschloch Nun du bist auch nicht gerade ein Heiliger Wie weit müssen wir überhaupt? Off Komm wir schnappen uns ein Pferd Oder Hier Na komm wir schnappen uns ein Pferd So komm setz dich mit dazu Ja Und dann los Wer fällt ein? Nein funktioniert nicht wir müssen die Straße nehmen Oder den Weg Oder den Weg eher So 5.782 haben wir übrigens So Wo sind Boah was Ist das auch ein normales Schwert Was ich hier habe Oder ist das ein langes Schwert Ja Das ist ein normales Schwert Gibt es sonst noch irgendwas? Habt ihr von denen da? Nö Müsst ihr immer so verdammt verspätet sein? Du musst mit mir üben Was üben? Das Campen Ich muss mich vor dem großen Turnier aufwärmen Hm du nimmst am Turnier teil? Ja behalte es für dich Ich möchte nicht dass die falschen Leute es wissen Hm Weiter so Ja mach dich bereit Lass uns duellieren Ich habe einen Kampf mit Herb Nice Komm Herb Was ist mit dem? Komm Hast Angst Zeig verdammte Scheiße von mir Was zum Teufel herb Leertaste um auszuweichen Ja Ey Wenn du mit Schwert kämpfen willst Blablablabla Komm Ok genug verdammt Du bist gut Man munkelt in der Stadt dass du auf einmal versuchst eine ganze Menge Geld zusammen zu klauen Es scheint fast so als würdest du versuchen am Turnier teilzunehmen Tja Haha Das wäre Das wäre was Boss Nein wir versuchen nur einen Streitwagen zu kaufen Das ist alles Du weißt schon Für illegale Rennen und so nem Kram Illegale Rennen? Ihr zwei habt immer die dümmsten Ideen Wie auch nochmal Es gibt einen Ex-Gang Mitglied Das glaubt Es könnte hinterher meine Rücken Geschäfte machen Er muss dafür bezahlen Bringt seinen Arsch vom Metzger Alles klar Alles klar Zum Metzger Ers Pferd Kumpel Du wirst mir das äh Du wirst mit mir das schießen üben Sicher Boss Hier leg diesen Abflop auf das Heimkopf Den sehen wir nie wieder Von dem hören wir nie wieder warte Ey Diese Gefühle haben mich So Anne Hier müssen wir hin Dann packen wir hier und gehen hier einmal außen rum Okay Da gab es nix zu essen Lassen wir raten Papp hat dich geschickt Du bist ja ein cleveres Würschchen Mich überrascht das nicht Aber ich denke du könntest es sein Jungs holt ihn euch Kommt Wer will Oh Das Gängelglied ist weggelockt Was Okay Ich muss hinterher Ja Da liegt noch Geld Da liegt noch Geld Oh Kleiner Pisser Digga Die haben mich angegriffen So Jetzt brauchen wir Ja Das Ding da eben erst Ja genau Oh Hier ist noch Geld Ja Stimmt wie die dann hier Auf einmal aufhören mich zu jagen Ist auch interessant So Ah Hier Leichenwagen So So Da die Leiche ist gegen Mitgliedsopfer Einen Karren Einfach umfahren Das kennen wir schon So Und Dann einmal wenden Bring die Leiche zum Metzger So Wo ist der Metzger In der Stadt natürlich Hm Irgendwie Die Habe ich Ein bisschen Sorgen So in der Stadt gleich zu sein Mit einem Mit einer Leiche Könnte sein dass ich vielleicht hier äh Die jagen mich nicht anscheinend Jetzt stecke ich hier fest warum So dann müssen wir hier hin Ja So und dahin Hat die geschickt Oh ja Ich verstehe Wir werden einige köstliche muffins Von diesem fetten Fleisch herstellen Ähm Was Sei nicht so ein Vegetarier Ich versuche mich später Ich könnte einen Job für dich haben Schlappschwann So So kann ich Musik spielen Und so kann ich das als Waffe benutzen Nice Ah Hier kann ich zum Streuen Und so kann ich Ah Das ist nice Hier kann ich so Das kann ich als Fackel So wo muss ich hin Äh nicht weit Okay Nochmal Gold gefunden Nice So ist die Wache jetzt weit genug weg So ist die Wache jetzt weit genug weg Alter das war knapp mit Herb Was zum Teufel bad Er wird uns ein verdammte Fleisch machen zu rein Wenn er herausfindet Und dass wir ihn angelogen haben Entspann dich Wir machen uns erst beim Turnier Sorgen um Herb Das lohnt sich doch oder? Nice 4 Skill Points erhalten Nice So Das können wir jetzt machen Hier Bolzenschleuder Die Armbrust Amrbrust 20% schneller Nice Hier Kacke Das brauchen wir nicht Mh Kacke Oh Entschuldigung Ich musste gerade niesen Oh Ich würde sagen Das hier macht am meisten Sinn Das wir schneller nachladen So dann Haben wir jetzt auch noch Hier Fleischer Mission Nice Dann machen wir mal die Fleischer Oder Mit unter 6.000 Kuliergold Oder Ich habe mal eine andere Idee Kann ich auch mal ein Pferdrennen machen Äh Drücke eh Um das Pferdrennen zu beginnen Machen wir mal Pferden zu Yes Mh Okay Okay Nice Hey Oh Oh Ne Wenn du 0815 fährst Oh Ne Wenn du 0815 fährst Waffen wechseln kann ich jetzt auch nicht Waffen wechseln kann ich jetzt auch nicht Waffen wechseln kann ich jetzt auch nicht So Jetzt sind wir auf dem dritten Platz Mit Verfolger am Schlepptau so zweiter platz aber ich glaube schaffen wir nicht mehr rechtzeitig nein kann ich das irgendwie neu starten und dann lass mich lasst mich sterben kommen darf man nicht mehr mein pferd ist tot mein pferd ist leider tot aber dann holen uns ein anderes pferd ich muss es mit dem 08 15 machen jetzt wieder eine sense blitz ja der scheint deutlich schneller zu sein und wir machen aber noch mal das rennen ich habe voll bock nächste runde schaffen wir auf jeden fall da werden wir ja kommen das müssen wir schaffen dieses mal werden für wir haben wieder ein 08 15 fährt ww holen locker noch mal machen die polizei waffen dinger hier auch mit beim rennen ist das aber der kleine der hier unverspielt und die müssen wir jetzt schlagen kommt da checken wir uns noch geschafft nice nice immerhin haben wir den geschafft werden früher ist einfach so dann machen wir jetzt mal auch die metzgermission hier und heiliges rindfleisch hey man würdest du mir etwas rindfleisch bringen da ist diese wunderschöne kuh im dorf die sieht so lecker aus das problem dabei ist aber dass die besitzer sie nicht verkaufen bringt die kuh her und ich hole dir das geld aber denkt dran sie muss lebendig sein ich möchte mich selbst um diese schönheit kümmern wie machen wir das 08 15 fährt spiele die kuh wie machen wir das das ist jetzt die frage aber wenn wir das gemacht haben weil die idee da war ja diese katapult und im trailer sah man ja dass man schon für hier höre die kuh zum metzger der weg von meiner kuh du bastard gehst nicht du bist komm ich wünschst das maul das ist meine kub nein diesen weg jetzt müssten wir hier schon nach oben ich glaube ich krieg von der wache kein ärger weil ich eine kuh verprügelt ja befreit die kühe free will die kühe sind heilig ich komme nicht zum lesen ja die kurs doch nicht so heilig wie es scheint wo ist die kuh jetzt da nur die wache muss erstmal weg ich will jetzt nicht aus bei sie da hauen ja okay das funktioniert ja eine kuh vorbei genau richtig ja genau diesen weg nein das zu weit genau diesen weg diese weg ja und noch ein bisschen hier bist du süße kommt von papa wird aus dir ein verdammtes feines steak machen und hier ist natürlich dein gehalt mein freund 100 poliergold das ist aber ein bisschen wenig quatsch nice aber zum glück hat der mich nicht angekostet aber doch mal das war So, da wird die Hauptquest, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Ende der Aufnahmesession hier hin und speichern einmal, dann wenden wir auch schon die Aufnahme, vielleicht erleben wir noch unterwegs was, also lohnt sich noch am Ball zu bleiben, dran zu bleiben. Vielleicht kommt noch irgendwas, aber eigentlich planen ist es gleich, hier auch eine Pause zu machen. Nein? Ich wollte... Komm, ich hab voll die Idee. So, ach, Speicherpunkt ist weg, schade. Äh, so. Dann suchen wir mal eben Fahndung, die ist wieder loszuwerden. Gabst du hier oben irgendwo was? Oder nicht? Ach, in der Fahndung sind wir jetzt los. So, dann vielen Dank, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Mit dabei wart. So. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschau. 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 t��를 Tschau. 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 Das war's. You sweat from a baboon's bar. Das war's.